So ihr Lumpis da draußen, willkommen zurück bei Graf Lumpi von Breisga, unserem buddhistischen Mönch im erzkatholischen Europa und wir starten jetzt einfach mal und gucken mal was passiert. Im Moment wollen wir einen Sohn bekommen, wir sind Mitglied im Sabakasanga und hoffen, dass wir bald etwas Karma bekommen, um uns hier einen heiligen Mann heranzuholen. Wir brauchen auch nur noch 5 Karma. Ich mach mal hier ein bisschen schneller. Das heißt, in 5 Karma, dann haben wir nämlich einen heiligen Mann am Hof, den wir zum Abt von St. Blasien machen, der dann anfängt, unsere kleine Provinz zu konvertieren. So, wir sind schon gleich im Krieg. Also nicht wir eigentlich, aber man sieht, hier ist viel, viel, viel los. Hier wird es viele Umbrüche geben. Also ich bin, ich glaube auch nicht, dass wir lange zu Ostfranken gehören. Wir mischen uns da aber überhaupt nicht ein in irgendwelche Ränkeschmiede, irgendwas hier, sondern wir bleiben schön erstmal bei uns hier im Breisgau und harren der Dinge, die da kommen. Und ich sehe, unser Karma steigt. So, was haben wir hier? Der Aufstieg der Schia. Die Spaltung im Herzen des Islam geht zurück auf seine frühen Anfänge. Der Großteil der Sunniten verfolgte lange die Anhänger von Ali, die Schia, und zwang sie in den Untergrund. Die Partisanen von Ali hofften auf Führung durch seine Nachfahren, doch diese waren gezwungen, ihre Verwandtschaft geheim zu halten. Nun aber mobilisieren die Schia ihre Kräfte und folgen einem Jungen, den sie als Alis rechtmäßigem Erben und Imam ansehen. Andere islamische Juristen sagen, dass der Junge eindeutig ein Betrug ist, doch für seine Anhänger ist er derjenige, auf den sie gewartet haben und sie versammeln sich unter seinem Banner. Ja, damit habe ich jetzt hier eigentlich gar nichts zu tun. Sultan von Ivriquia. Das lassen wir die kämpfen, oder? Ich meine, habe ich jetzt nichts mit zu tun. So, wir haben 25 Karma. Das wollte ich erreichen. Deswegen holen wir jetzt hier einen heiligen Mann an den Hof. Adolf von Offenburg. Aber der gute Mann ist Buddhist. Das Sonnensymbol. Der Adolf von Offenburg hat hier das Sonnensymbol. Zufall? Man weiß es nicht. Auf jeden Fall ist er ein sehr gebildeter Mann. Er ist Meistertheologe. Und er ist auch in der Priester- und Gelehrtenkaste geboren worden. Das heißt, er ist Theologe. Er ist gerecht. Er ist ehrgeizig. Er ist zornig. Das finde ich jetzt aber nicht schlimm, dass er zornig ist. So, wir holen uns den Adolf mit diesem wunderschönen Haus von Offenburg-Symbol. Das ist doch absurd, oder? Jetzt heißt der Adolf auch noch. Wir holen ihn uns auf jeden Fall in den Rat und ernennen ihn zum Upadjaya. So, Adolf. Und du bekehrst. Und zwar entsendet euren Upadjaya, um die verlorenen Seelen in einer Provinz zu versorgen und die Heretiker und Ungläubigen zu konvertieren. Wir haben nämlich da eine prozentuelle Chance jährlich, dass die Grafschaftsreligion sich ändert. Die Untertanen-Religion, die Heiden greifen den Hofkaplan an oder es gibt einen ketzerischen Edelmann. Aber natürlich wäre es super, wenn die Grafschaftsreligion konvertiert. Oder auch wenn Untertanen konvertieren zum Buddhismus. So, Adolf. Du wirst jetzt im Preisgau hier deinen Job machen. Als nächstes brauchen wir dann noch einen buddhistischen Kanzler und einen buddhistischen Marschall. Stelle ich mir schwierig vor. Aber wir werden sehen. So, wir haben dadurch, dass wir die Gerhild geheiratet haben, einen Nichts-Angriffs-Pakt. Aber mit wem? Mit meiner Frau, oder was? Na gut. So. Genau, wir brauchen natürlich noch einen Erben. Jetzt tun wir mal unseren Adolf. Ich finde, Adolf, der ist doch ein guter Mundschenk. Der ist doch ein guter Mundschenk. Nein, wobei, er ist ja auch Buddhist. Der gute Sieghardt. Wer war denn hier nicht Buddhist? Der Jägermeister. Der Hofmusiker. Der Hofdichter. Ich würde ihn mal zum Hofdichter machen. Adolf, du dichtest mir ein paar Sachen, bitte. So. Hofguru gibt es noch keinen gültigen Kandidaten. So, wir lassen die Zeit mal weiterlaufen und hoffen, dass unsere Gattin nicht so keusch ist, wie sie zu sein scheint. So, unser Observatorium ist endlich fertig. Mit großer Vorfreude bereitet ihr euch auf eure ersten Beobachtungen vor. Ich frage mich, welche ungewöhnlichen Dinge ich entdecken werde. So, das bringt uns Bildung plus eins. Wunderbar, wir streben ja nach großer Bildung. Wir wollen alles in uns hin aufsaugen. Alles wissen, was wir irgendwie erreichen können. So, da geht es schon los. Der Burchard behauptet, dass er ein besserer Marscher als Baldevin wäre und er sucht darum, dass er den Titel des Marschalls von Grafschaft Breisgau erhalten möchte. Ich weiß sogar, dass du ein besserer wärst, aber der hat mich lieber. Und ich muss hier im Moment wirklich nach Meinungen gehen, weil minus 18 einfach nur, weil ich ungläubig bin, das hat er zwar auch, aber er ist halt einfach auch ein Zufriedener. Ich gebe Baldevin die Chance, sich zu beweisen, dass er besser werden kann in seiner Position als Marschall. Friede sei mit euch, Sotopana Lumpi. Dem Orden wie auch Brahma liegt das seelische Wohlergehen unserer Mitglieder sehr am Herzen. Wir möchten euch daher empfehlen, auf eine Pilgerreise zu gehen, da ihr das bisher unterlassen habt. Aber sicher doch. Aber sicher doch gehe ich auf eine Pilgerreise. Ich glaube, das ist auch gut, wenn ich das mache, wenn ich noch so jung bin. Wie kann ich das machen? Wahrscheinlich hier. Ich kann auch ein falsches Glaubensbekenntnis ablegen. Nein, das werde ich aber auf gar keinen Fall machen. Also bräuchte ich auch 100 Karma, das würde auch noch ein bisschen gehen, aber das will ich auf gar keinen Fall. Das würde heißen, ich würde sagen, ich bin katholisch, aber insgeheim wäre ich noch Buddhist. Ich möchte aber, dass alle wissen, dass ich Buddhist bin. So, hier, auf Pilgerreise gehen. Kostet ein bisschen Gold. Wir haben genug, 37. 3,4 Gold, das geht. Ich werde zu einem der heiligen buddhistischen Orte pilgern, um Erleuchtung und Katharsis zu finden. So, Kriege 20, Karma, dafür, dass ich Reisepläne schmiede. Es gibt viele Orte, die ein gläubiger buddhistischer Mensch auf einer Pilgerreise besuchen kann. Bestimmt ist an allen diesen Orten Erleuchtung zu finden, aber je näher die Städte, umso sicher die Reise. Ich werde nach Sarnat reisen, wo das Konzept der Sanghe entstand. Und, tja, wo ist denn Sarnat? Wir gucken gerade mal noch mal nach Religionen. Äh, brr. Wir suchen mal vielleicht. Titel oder Religion? Äh, nee, nee, nee. Ich will auch keinen Charakter. Oh Gott. Wie finde ich denn hier eine, ein Reich? Eine, eine, eine Provinz? Hm. Wir wählen einfach mal aus, äh, nach dem, was da passiert ist. Also, es gibt, äh, Sarnat. Da gibt das, wurde das Konzept des Sangha ent, äh, also entwickelt, ist entstanden dort. Oder ich werde nach Bodh Gaya reisen, wo Buddha die Erleuchtung erlangte. Das finde ich schon spannender. Ich werde zu den Klöstern von Sanchi reisen. Nein, ich glaube, als Buddhist, als Buddhist, wenn ich mir jetzt hier von diesen drei Sachen was aussuchen müsste. Das hier ist natürlich schon nicht schlecht, weil das ist, äh, glaube ich, die, die, äh, die, äh, Grundidee, die Buddha hatte, wie die entstanden ist. Aber, wo er die Erleuchtung erlangte, das ist ja schon noch mal irgendwie was Cooleres. Deswegen gehen wir nach Bodh Gaya. So, hier ist alles katholisch. Och Gott, oh Gott. Gut. Gehen wir mal los. Ich habe alle meine Vorbereitungen getroffen und die Zeit ist gekommen, meine Pilgerreise nach Bodh Gaya und zum heiligen Bodhi-Baum zu beginnen. Meine Reise beginnt. So, meine Frau ist solange mein Regent im Breisgau. So, gucken wir mal, was auf unserer Reise jetzt passiert. Was aus dem Lumpi wird. Eine große Gruppe berittener Krieger versperrt uns den Weg. Der Ratscher aus der Umgebung hat es sich zur Aufgabe gemacht, Pilger, Händler und andere Reisende ihres Besitzes zu entledigen, bevor sie weiterziehen. Wir können nicht umkehren. Entweder wir bezahlen oder wir müssen gegen die Männer kämpfen. Tja, bezahlen wir 10 Gold. Was bleibt uns übrig? Oh, alles schmeckt heute so seltsam. Ist es die einheimische Küche oder die Nacht, die ihr im Sumpf verbracht habt? Schwer zu sagen. Aber irgendetwas ist mit diesem Pilger nicht in Ordnung. So, wir könnten jetzt eine kleine Gabe und dann muss ich weiterziehen. Es wären 50% Chance, dass ich krank werde. Oder es ist Zeit zu rasten und zu Kräften zu kommen. Das heißt, 20% Chance auf krank und 50% Chance auf zynisch krank geht auch wieder weg, oder? Könnte eine Erkältung sein, könnte ernst sein. Wir lassen es darauf ankommen. Ich glaube, da muss man jetzt halt mal durch. So, sind wir krank? Ja, wir sind krank. Ich hoffe, das geht wieder weg, weil sonst war es das nämlich schon. Oh, wir sind schon angekommen. Bodgaya. Ihr seid endlich in Bodgaya angekommen, einem Ort, der von vielen als Zentrum des Buddhismus betrachtet wird. Hier saß Buddha einst unter dem Baum der Erleuchtung und meditierte über die Geheimnisse des Universums. Über Jahrhunderte hinweg haben Herrscher und einflussreiche Persönlichkeiten aus Indien und aus fernen Ländern viel zu den Tempeln, den Klöstern und den Schreinen an diesem Ort beigetragen. Bis heute pflegen die Mönche von Bodgaya einen riesigen Bodgi-Baum, eine gewaltige Pappelfeige, die rechts neben Diamantenthronen steht, den ein Herrscher vor langer Zeit errichtete, um dem Ereignis zu gedenken. Als ihr euch den blauen Fliesen des riesigen Mahabodhi-Tempels nähert, kommt euch in den Sinn, wie sehr sich dieser Ort verändert haben muss, seit Buddha hier ankam. Zu diesem Zeitpunkt war er euch nicht unähnlich. Reinigung und Erleuchtung waren noch nie so spürbar wie an diesem Ort. Pilger umkreisen die Schreine, Sadhus segnen die Gläubigen und Mönche und Gurus meditieren gemeinsam. Ich gehöre nun zu den Betenden und anderen wie Ihnen, die seit tausenden von Jahren diesen Ort besuchen. Noch nie hatte ich ein so profundes Erlebnis. Ich kann es kaum erwarten, anderen davon erzählen. Wir bekommen die Eigenschaft religiöser Eiferer, das ist sehr gut. Mehr Karma, aber natürlich andere Glaubensrichtungen finden uns noch blöder. Aber gut, was soll's. Wer ist denn nur ein Buddhist? Ah, jetzt bin ich... Ihr verbringt viele Nächte damit, in eurem Observatorium die Sterne zu betrachten. Es ist faszinierend, es gibt so viele offene Fragen. Ich dachte, ich bin gerade auf Pilgerfahrt-Moment. So, was sind denn die Fragen? Wie bewegen sich die Sterne oder gibt es etwas Fremdes da draußen? Ich glaube nicht, dass sich jemand da Gedanken machen würde, ob es da etwas Fremdes gibt, vielleicht einen Gott. Aber ich glaube, dass die Physik ihn jetzt erstmal mehr interessiert als Buddhist. Das heißt, wie bewegen sich die Sterne, würde ich mich gerne fragen. Meine Reise ist zu Ende. Achso, ich bin angekommen und war sofort im Observatorium. So war das, ne? Also, meine Reise ist zu Ende und ich bin endlich wieder daheim. Ich habe neue Dinge gelernt, erlebt, wie groß der Glaube doch ist und interessante Menschen kennengelernt. Es ist gut, wieder zu Hause zu sein, aber ich bin zuversichtlich, dass ich mich stets positiv an diese Reise zurückerinnern werde. Eine tolle Erfahrung. Also, ich bekomme die Eigenschaft Pilger, gebe nochmal mehr Karma und bin wieder zurück. So, das heißt, meine Frau gibt die Regierungsgeschäfte wieder an mich zurück. So, Topana Lumpi, wir sind erfreut zu hören, dass ihr eine Pilgerreise im Namen unseres Glaubens vollzogen habt. So, es war die Reise eines Lebens. Ich bekomme 300 Hingabe und das ist so die Währung, die man hier im Zirkel hat. Man kann da aufsteigen und bekommt dadurch dann verschiedene Boni. Zum Aufsteigen brauche ich hier 750 Hingabe, das ist noch ein bisschen hin. Aber gut. Wir wollen jetzt erstmal wieder gesund werden, finde ich. Wir müssen auf jeden Fall fruchtbar sein. Und es ist schon fast ein Jahr, nee, es ist jetzt genau, ziemlich genau ein Jahr vergangen. Und wir haben noch keinen Nachkommen gezeugt. Ich überlege mir, ob wir nicht noch eine Deputantin an den Hof holen, die auch buddhistisch ist. Und sie uns als Konkubine nehmen. Die könnten wir dann vielleicht auch später verheiraten. So haben wir also, ich sag mal, doppelte Chance, Kinder zu zeugen. Ich mache das mal. Adelinde von Wülersleben. Na, Adelinde, hoffentlich bist du nicht keusch. Nee, du bist geduldig. Du bist lüsternd. Wunderbar. Genau sowas habe ich gesucht. Gefräßig, zynisch. Ja, nicht schlimm. Du hast jetzt nicht die besten Eigenschaften, aber da kann ich jetzt im Moment wirklich gerade keine Rücksicht drauf nehmen. Du bist lüsternd, das ist schon mal gut. So, wir nehmen dich als Konkubine. Das heißt, neben meinem Ehepartner kann ich bis zu drei Konkubinen haben. Ist ja klar, das ist ja normal, hat ja jeder auch heutzutage. Die sind nicht mit mir verheiratet, aber wenn die jetzt schwanger werden, dann gibt es trotzdem legitime Kinder. Ja, so, wir nehmen sie als Konkubine. Und, ähm, ja. So, ich hatte, Herr Burch hat versprochen, dass er eine Chance hätte, Marscha von Grafschaft preisgott zu werden. Jetzt bittet er mich schon wieder darum. Ich könnte den jetzt natürlich, ja, noch weiter verärgern. Jetzt will ich doch nochmal gucken, es ist, äh, minus 20, das geht, ne, wenn er jetzt Marschall ist. Aber, äh, der hat 10. Und Baldevin hat nur 9. Na gut, dann seid ihr mein neuer Marschall. Es soll, so soll es sein. So, wir haben spezielle niedere Titel wieder und untätige Ratsmitglieder. Und zwar unser neuer Marschall, der soll die Armee organisieren. Und der niedere Titel war wahrscheinlich der Befehlshaber. Ähm. Hat der jetzt den Hof verlassen, der Baldevin? Ne, da ist er. Da ist er noch da. Äh. Ja, wir nehmen jetzt mal Ulderich. Der will Marschall werden. Vielleicht tun die sich da untereinander dann ein bisschen kappeln. Ne, wer weiß das schon. So. Das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Gut. Lassen wir noch mal ein bisschen die Zeit verstreichen. Eine hübsche Magd macht euch schöne Augen. Ja, tut mir leid. Aber sie ist ja nicht meine Konkubine. Ne, ich kann vielleicht aber, wenn ein Kind entsteht, ähm. Das irgendwie, äh, äh, ja, anerkennen. Also ich würde dann die Chance haben, dass ich lüstern werde. Das wäre natürlich besser wie Keusch. Deswegen, ich muss unbedingt lüstern werden. Tut mir leid. Heute Morgen, als ich erwachte, fühlte ich mich schon wesentlich besser. Wie mir scheint, ist die Krankheit ausgestanden. Wunderbar, ich bin nicht mehr krank. Das freut mich. So. Und dann würde ich sagen, für heute haben wir doch schon ein paar Sachen gemacht. Eine Pilgerfahrt. Ein bisschen durch die äh, äh, Linsen unseres Teleskopes geschaut. Auf die Sterne. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht mit Lumpi. Äh, ob es ihm gelingen wird, hier buddhistisch zu werden, äh, buddhistisch seine, seinen buddhistischen Glauben, so will ich sagen, ähm, zu verbreiten oder ob er scheitern wird. Das sehen wir aber in den nächsten Folgen. Ich sag mal, Leute, macht's gut. Bis dann. Ich sk Atlantic City Buhm. 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 Vielen Dank.